Herzlich Willkommen zurück zu Banachers. Dann komm mit, Schätzelein. Wir haben einer Spur zu folgen. Ich wollte gerade noch sagen, hoffentlich mal ohne Gegner, aber ich befürchte das nicht. Vor allen Dingen, ne, der Geist, das ist so, naja, den muss ich auf jeden Fall verbannen, so wie es aussieht. Was ist denn hier hinten? Das scheint ein Friedhof oder sowas zu sein. Hm. War das das, wo ich eben schon war? Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht wollte der Geist ihn töten. Hm. Also ich denke nicht unbedingt, dass er lügt. Dafür war er auch viel zu nervös eigentlich. Also er hat vor irgendwas Angst, das hat man gemerkt. Und klar, wenn ihm jemand befohlen hat, äh... Wie gefällt dir das? Ich steh bereit. Bereits! So, da können wir hoch, theoretisch. Was ist hier? Jeder. Okay. Wir können da zwar hoch, aber wir müssen natürlich erstmal der Spur folgen. Also diese riesige Welt, wo man überall hin kann. Es ist immer so schrecklich, wenn man nie so genau weiß, wo man als erstes hingehen soll. Ich möchte dann alles um mich herum erstmal erkunden. Aber das kann ich natürlich nicht, weil ich möchte auch der Geschichte folgen. Und man kann halt nicht beides gleichzeitig machen. Das ist das Problem bei der ganzen Sache. Was ist das denn hier schon wieder? Ach du Schande. Da links sind... Fäden zum Springen. Ja. Oh, diese... Diese Geräusche, ey. Die machen mich ganz kürre hier. Da kann man hoch. Könnte ich von oben irgendwie... Oh, Moment. Obwohl, was ist denn da oben? Da konnte ich ja schon von der anderen Seite hoch, ne? Lass uns mal kurz einen Blick darauf werfen. Ich weiß, die Folge wird auch so schon immer länger. Da ist nichts. Na gut, dann können wir hier erstmal wieder runter. So, Mädel. Einmal springen, bitte. Geht das von hier aus? Es muss in der Nähe sein. Hä? Von oben kann ich nicht springen, oder? Weil von hier aus wollte sie ja eben nicht springen. Obwohl das hier halt so laut ist. Ich weiß auch nicht genau. Es hört sich an, als ob das von links kommt, das Geräusch. Jetzt ist es wieder von der anderen Seite. Vielleicht müssen wir doch nach oben und dann irgendwie nach... Oh, das ist auch unlogisch, oder? Was, was, was? Ist doch gerade was Blaues angegangen. Jetzt geht es nicht mehr an, oder was? Bis hinten kann ich alles nicht öffnen. Wie habe ich das Gefühl, das ist hier dieser Baum, wo die ganze Zeit die Stimmen herkommen? Also, ich gucke jetzt noch ein letztes Mal hier unten und dann gehe ich tatsächlich mit ihr mal hoch und da rum. Verstehe nicht, warum das hier nicht funktioniert. Das ist so groß. Oh, dreimal dran vorbeigelaufen und nicht gesehen. Gut, dass ich nochmal hier war. Kann man von hier aus rüberspringen? Sehr gut. Hinten ist noch was? Da gehen wir auch nochmal kurz hin. Gut, dass ich mich immer umdrehe. Geh doch mal weiter. Weil ich kenne das ja, ne? Bei solchen Spielchen. Wenn man sich nicht umdreht, dann übersieht man mal wieder das Wichtigste. Und da sind sogar noch Geldstücke drin gewesen. Ganz wichtig. Auch wenn wir wahrscheinlich nie was kaufen können, bei den wenigen Geldstücken, die wir kriegen. Da können wir nochmal hoch. Wollen wir da hoch? Ist da eine Höhle, oder ist da nur was, was man... Achso, da können wir gar nicht hoch. Okay. Wobei... Sie ist noch nicht stark genug für sowas, ne? Okay, also theoretischerweise könnten wir da später hoch. Ja, weil man ja auch sonst nichts anderes zu tun hat. Oh je. Ähm. Oben kann ich nichts mehr nehmen, ne? Du hast recht. Die Arbeit ruft. Da ist noch eine. Bäh. Zeig ihnen, dass sie sich nicht mitruft. Ich kann dir helfen. Ja, du solltest mir auch helfen. Du wolltest es aber nicht. Darf ich auch mitmachen? Nein, gerade nicht. Danke. Achtung. Ein Schemener greift Besitz. Hallo. Greif den nochmal an und schlag mich nur um dich. Die Falle wurde ausgelöst, aber hat nicht zugeschnappt. Das ist schon mal gut. Äh. Das reicht, Nelly. Ich habe dich gewarnt. Ich habe dich gewarnt, dass das wieder passieren würde. Nein. Ah, sieh dich doch an. Erbärmlich, wie du bist. Ich will die Scheidung. Du bist keine Elizabeth Luxford. Du gehörst mir. Und lieber bringe ich dich unter die Erde, als ich dich jemals loslasse. Was ist hier los? Geh weiter, Junge. Das geht dich nichts an. Ich glaube schon. Was machen wir jetzt? Das war Mord, ne? Das war nicht irgendwie immer Fact oder so. Der hat gesagt, ich glaube schon. Und die hätten sich vielleicht noch geprügelt oder was weiß ich. Und dann hat sie ihn wirklich kaltblütig ermordet. Egal, was sie vorher schon alles so erlebt hat. Schmiedehammer. Ja, diese Fessel ist durchdringend von Geisteressenz. Ja, den Spruch kennen wir ja schon. Ja. Kannst du dich vielleicht mal da umdrehen, was ich gerade mache? So. Manifestierung. Der Raboch ist ein echt schlechter Kerl hier. Wir sind die Verbanne an Thea Duarte und Red McGraith. Wessen Geist bist du? Müssen wir diesem Arsch wirklich noch länger zuhören? Mit den Toten zu reden, endet niemals gut. Manchmal bin ich versucht, dir dazu zu stimmen. Wer bist du? Und was willst du vom Schmied? Meine Schmiede. Mein Weib. Meinen Namen. Alles meins. Das Schwein hat sie mir gestohlen. Soll das heißen, unser Schmied ist ein Hochstapler? Du willst den Mann, der dich ersetzt hat, in den Wahnsinn treiben. Sie kann mir nicht entkommen. Sindst du nach Rache? Ich will, was mir zusteht. Sie hackte es aus. Er ergriff die Gelegenheit beim Schopfer. Und ich werde mir alles wiederholen. In dieser Nacht auf dem Deck, Nellie verlangte die Scheidung. Was ist dann passiert? Wir haben gesehen, was geschah. Ich will es aus seinem Mund hören. Was ist auf dem Schiff vorgefallen? Undankbarer? Undankbarer? Hinterlästiger? Fehlgeleiteter? Hurra. Vorsicht. Nun mach schon, Red. Überlaunig. Schwach. Ein Wimmer, der zweigt, das Zuwendung will, ohne selbst Eche zu geben. Ich gab ihr ein Leben und sie hat mir das meinige geraubt. Sie hat ihn gedungen, mich zu töten. Das ist nicht, was ich gesehen habe. Warum bist du hier? Ich will, was mein ist. Was mir gestohlen wurde. Mir entrissen. Ich will meine Arbeit. Meinen Namen. Meine Frau. Deine Frau ist nicht dein Eigentum. Ha! Sie war niemand. Eine nichtsnutzige Dirne, die sich kräuterkundig wehnte. Ich fischte sie aus der Gosse. Ich erschuf sie erst. Das reicht jetzt. Ich wechsle kein Wort mehr mit diesem Schuft. Ich hab genug davon. Lass uns gehen. Jetzt wissen wir, warum Fortune Heaton gestorben ist. Er war ein wahrer Mistkerl. Aber Mord bleibt Mord. Nelly und ihr Gefährte werden immer noch heimgesucht. Und ich mache mir um ihre Sicherheit Sorgen. Tja. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Hier kann ich auch noch. Sehr schön. Das hatte ich eben übersehen. Achso, hier können wir. Kann sie auch wieder zurückspringen da? Das ist die große Frage. Optional am Unterschlupf der hochgelegenen Höhle rasten. Am Unterschlupf? Also erstens, hier ist jetzt schon wieder so ein blinkendes Ding. Und zweitens, was für ein Unterschlupf? Das ist immer noch zu. Hier kommen wir nicht hoch. Na, geh doch mal weiter. Äh, Moment, Moment. Wie bin ich denn? Ich bin doch hier rübergesprungen, oder nicht? Ach so. Ach, ich bin auch blöd. Da stand zwar der höher gelegenen Höhle, aber ich wollte unten doch gucken, ob da noch was drin ist, beziehungsweise, ob wir da hätten weitergehen können. Kann ich hier nicht einfach runterspringen, so nebenbei? Dann springt der, brauche ich gar nicht zu laufen, habe ich gerade gesehen. Dann springt er da automatisch runter. Ganz kurz kratzen. Schlimm. So. Ähm, das heißt, ich muss hier nochmal eben runter. Was kann ich hier auch kaputt machen? Ah, da ist auch noch was, sehr schön. War da gerade was? Nee, ne? Hm? Ich kann nichts sehen. Ich kann nur das hier sehen. Das kann ich gar nicht. Oh, okay. Äh, es wäre nur schön, wenn man mir sagen könnte, ob ich hier irgendwas machen kann. Anscheinend kann ich da gar nichts machen. Das ist mit Eisen zugemacht. Da ist eine Kiste auf jeden Fall hinter. Hm. Was ist denn hier? Oder geht es hier zur Höhle eventuell? Was sie gemeint haben. Ich würde auch gerne wissen. Nein, nein, nein. Ich würde auch gerne wissen, ob man da irgendwie hinkommt. Ich darf ja nicht ins Wasser. Ich will wissen, was das ist, ganz ehrlich. Da ist noch eine Kiste. Da geht es höher. Gehen wir erstmal in die Kiste. Das ist ein Ring, oder? So, das ist auf jeden Fall höher gelegen. Ob jetzt hier ein Unterschlupf ist, beziehungsweise eine Höhle, kann ich leider nicht sagen. Oh Gott, da unten sind schon wieder Gegner. blaue Essenzen. Dadurch werde ich aber automatisch stärker, oder wie war das nochmal? Ich gehe hier oben mal kurz gucken, ob ich hier noch irgendwas ab euch einsammeln kann. Etwas versteckt sich. Da vorne. Ah, okay. Ah. Manchmal ist es doch gut, wenn man nochmal gucken geht, zwischendurch. Ich habe nur ehrlich gesagt, ein bisschen Panik wegen denen hier vorne. Das ist wieder ein neues Fragezeichen. Ich will aber jetzt keine neue Quest hier machen. Ich will eigentlich wieder zurück. Ist da irgendwas? Nee, ne? Keine Ahnung, wo jetzt hier der Unterschlupf sein soll. Ah, das ist er wohl anscheinend. Du erkennst einen Unterschlupf an der roten Flagge und dem Rauch. Okay. Gehen wir mal nachschauen. Wenn das der ist, dann muss ich auf jeden Fall mir das irgendwie versuchen zu merken und dann entsprechend wieder zurückkommen. ein Unterschlupf mit einem feuchten, kratzigen Strohbett. So wie ich es mag. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nach langen, langen... Äh... Nach langer, langer Suche habe ich es dann doch nochmal gefunden. So, Frage ist, kann ich hier noch irgendetwas machen? Nee, damit kann ich schnell reisen, ne? Das Bett hat wahrscheinlich jetzt keine große Bewandtnis. In meinem Tag kann ich irgendwas verändern noch. Nee, sieht nicht so aus. Ja, dann reisen wir doch mal eben schnell. Wir müssen... Hammer und Zange zur Schmiede zurückkehren. Genau. Dein... Dein können wir nicht direkt, ne? Dein können wir aber reisen. Unsere erste Schnellreise. Sehr schön. Mach die Tür auf. Los, wir müssen einen Geist verbannen. Äh, Moment. Hier war die Schmiede, ne? Andererseits, kann ich ihn jetzt überhaupt von hier aus verbannen? Ich glaube, Fortunes Geist ist hier. Ja. Lass es uns zu Ende bringen. Sehr gut. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Keine Geheimnisse, das war unsere Abmachung. Du hast recht. Denn das funktioniert nur, wenn wir zusammen sind. Genau. Zusammen. Denkst du, der Verbander weiß Bescheid? Nein. Aber ich würde nicht darauf wetten. Er ist nicht dumm. Ihr muss zumindest klar sein, dass ich kein Puritaner bin. Mhm. Oh, meins. 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 Alles meins. Du schon wieder. Ja, mit ihm habe ich ja schon gesprochen. Verschwinde, Heaten. Und keine Zicken mehr. Aber er blockiert die Tür. Geh mal einfach von der anderen Tür rein. Mua. Mhm. Schon nervös? Mr. McGrath. Mr. McGrath. Mein Mann ist zurück und man hat mir gesagt, das sei euch zu verdanken. Ihr solltet euch nicht zu früh freuen. Ich kenne die Wahrheit. Euer Geheimnis ist kein Geheimnis mehr. Ich weiß nicht, wer ihr seid, werter Herr, aber sicherlich nicht Fortune Heaton. Redet kein Unsinn. Haskell hat den Meisterschmied Fortune Heaton, einen Puritaner, angeheuert. Ihr seid weder das eine noch das andere. Ihr seid ein Hochstapler. Was wollt ihr? Ich würde gern eure Version der Geschichte hören, Madam. Nun gut. Was? Nein! Woher sollen wir wissen, ob wir ihm trauen können? Das wissen wir nicht. Aber wir müssen das Risiko eingehen. Es ist Zeit. Als ihr die Scheidung gefordert habt, hat euch euer Ehemann bedroht. War das das erste Mal? Es war das erste Mal, dass ich die Scheidung wollte. Es war nicht das erste Mal, dass er mir gegenüber gewalttätig wurde. Ich habe meinen Mann geliebt. Ich dachte, er würde mich verstehen. Aber Fortune war je zornig. Und ich hatte das Pech, anwesend zu sein, wenn er zornig war. Egal wer oder was ihn wütend gemacht hatte, er ließ seine unbändige Wut immer nur an mir aus. Dann die allerwichtigste Frage. Warum bist du dumme Kuh dann nicht weggegangen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Eine witzige Geschichte. Am besten du erzählst sie, Nelly. Fortune erkrankte auf der Überfahrt. Er blieb unter Deck. Wenn es das Wetter zuließ, ging ich frische Luft schnappen. Eines Nachts hörte ich eine Stimme aus dem Dunkeln. Ich hätte weglaufen sollen, aber die Stimme wirkte so gutherzig. Und ich hatte recht. Er ist so gutherzig. Wir wurden Freunde. Beste Freunde. Freunde durch widrige Umstände. Eine rührende Geschichte. Auf der Überfahrt von England ist etwas passiert. Was genau? An Bord hatte ich wochenlang meine Ruhe von Fortune. Er war zu krank, um sich um mich zu scheren. Ich fand sogar einen neuen Freund. Ich dachte mir, vielleicht, nur vielleicht könnte dieser Neuanfang gut für uns sein. Vielleicht würde er sich ändern. Bevor wir aufbrachen, hatte er mir geschworen, nie wieder die Hand gegen mich zu erheben. Ihr dürft raten, was passiert ist. Wir wollten ihn nicht umbringen. Das schwöre ich. Oh doch, doch, doch. Sie wollte ihn umbringen. Sonst hätte sie nicht den Hammer auf seinen Kopf geschlagen. Bereut ihr es? Bereut ihr irgendetwas davon? Was sollte das nützen? Und wenn wir es täten, warum sollte ich es euch erzählen? Ich wäre ihm endlich entkommen. Aber das hätte mich das Leben gekostet. Ich brachte ihn um, damit er mich nicht umbringt. Es ist seine Schuld. Nicht meine. Der Teil stimmt nicht ganz. Ich kann alles nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass sie aus diesem Gewaltkreis ausbrechen wollte. Auch wenn ich nicht verstehe, dass sie das nicht schon sehr, sehr viel früher getan hat. Ich kann alles nachvollziehen. Ich kann sogar nachvollziehen, dass er dadurch zum Hochstapler geworden ist. Vermutlich auch, um sie zu schützen und so weiter, um neues Leben zu beginnen. Kleines aber trotzdem. Es war immer noch Mord, was sie gemacht hat. Ihr seid nicht fordschönhieten. Also, wer seid ihr dann? Ich bin, ich bin, ach zum Teufel damit. Ihr habt recht, ich bin kein Schmied. Ich, mein Herr, bin der auf der Flucht befindliche Dieb Arthur Carty. Aber er ist ein guter Mann. Ein bosfertiger, hart arbeitender Mann. Wenn ich das bin, dann weil du mir zeigtest, wie erstrebenswert dieses Leben ist. Ich tue mein Bestes, ein besseres Leben für uns aufzubauen. Das tue ich wirklich. Vor was lauft ihr davon? Nur vor den rechtlichen Konsequenzen meines unrechten Lebens. Ja. Ihr habt mich geschickt, um euren Ehemann zu finden, Mrs. Heaton. Und ich habe ihn gefunden. Der Leichnam eures Ehemanns verrottet auf dem Grund des Meeres. Und sein Geist ist euch hierher gefolgt. Ich habe mich seiner schon einmal erledigt. Was tut Not, um ihn endgültig loszuwerden? Ja. Da die Welt nun mal leider nicht immer nur schwarz und weiß ist. Ich meine, sie ist eine Mörderin. Da kann man nichts dran rütteln. Allerdings muss man auch die äußeren Umstände sehen. Bin ich ganz ehrlich. Er ist ein kleiner Dieb, sage ich mal. Ist jetzt noch zum Hohstapler geworden, weil er sie schützen wollte und sich vermutlich dann auch. Ihm kann ich jetzt eigentlich nicht so einen Vorwurf machen, zumal er auch nicht den Hammer geführt hat. Also sie hat ja den Hammer geführt. Ich bin ganz ehrlich, der in der Mitte ist ein totales Arschloch. Deswegen werde ich den auf jeden Fall verbannen. Fortune Heaton, lebendig oder tot, du bist ein zorniger Mann. Zeit zu gehen. Ich machte sie zu dem, was sie ist. Sie ist mein. Ich botte alles auf und sie haben es mir geraubt. Und nun gehen dein Lebenswerk und dein Name auf Arthur Cati über, während du in Vergessenheit gerätst. Nellie wird die Schmiede führen und eine bessere Version von Fortune Heaton wird unsere Welt beglücken. Ich bin fortschnitten. Ich war es und werde es immer sein. Jetzt nicht mehr. Hint fort mit dir. Ich verbanne euch! Ist es vorbei? Ist es getan? Ja. Er ist fort. Was werdet ihr den anderen erzählen? Werdet ihr uns auffliegen lassen? Werde ich euer Geheimnis den anderen hier verraten? Nein. Das werde ich nicht. Ich dachte, ich muss mich dafür auch nochmal entscheiden. Können wir nochmal mit denen sprechen? Ihr habt meine ewige Dankbarkeit, mein Herr. Vielen Dank. Vielen Dank. Habt Dank, Mr. McRaeve. Danke, dass ihr uns Hoffnung gegeben habt. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ist das Ganze ja doch irgendwie noch so halbwegs erfolgreich ausgegangen. Ich meine, es sind keine schlechten Menschen, das muss man auch dazu sagen. Sie hat auch nicht dieses kaltblütige, schwarze Herz, sage ich jetzt mal, einer kaltblütigen Mörderin. Ja, sie hat einen Mord begangen. Ja, sie wusste in dem Moment auch, was sie tat. Also man kann mir nicht erzählen, dass das nur ein Effekt gewesen ist. Es war vielleicht im Effekt, dass sie nach dem Hammer gegriffen hat und sich gesagt hat, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich von diesem ganzen Leid erlöst. Das ja, aber sie wusste halt, was sie tat. Sie war auch nicht besoffen oder sonst irgendetwas, wobei das für mich auch keine Entschuldigung wäre. Und ja, ich denke mal, hier haben wir definitiv die richtige Entscheidung gesprochen, äh, gesprochen, die richtige Entscheidung getroffen und habe dann gerade gelesen, wir müssen mit Kate sprechen. Und ich würde sagen, dass wir, oder dass ich jetzt diese Folge, weil die wirklich so lange war, in zwei Teile aufteilen werde, rückwirkend. Und dass wir uns jetzt auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, wir sollen dann mit Kate sprechen. Ich dachte eigentlich, wir sollten noch ein paar andere Aufgaben erledigen, aber gut, ich denke, wir müssen erst mal mit Kate sprechen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. und dann darfst du mich auch gerne fahren. Vielen Dank.